Einen flauschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich kann aktuell nicht so lange Videos so hochladen, da ich mich für meine Zwischenprüfung vorbereite, da ich aktuell noch in der Ausbildung bin. Dementsprechend gibt es auch nur kurze knackige Videos, aber wenn das vorbei ist, dann wird es auch aktive Streams auf Twitch geben. Ich habe jetzt bereits zwei Wochen angetestet, wie das mit den Streams so läuft. Oder eine Woche, ich weiß es nicht ganz genau, ich denke mal zwei Wochen waren es. Wir haben bis jetzt auf Griefer Games hier gut Baustreams gemacht, zwischendurch war kleine Verlosung gemacht. Also falls ihr Bock habt und eh sehr oft oder lange auf Twitch aktiv seid, ich stream da meistens so drei Stunden, länger auch eher nicht. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann kommt gerne vorbei. Unter jedem Video ist Twitch für meinen Twitch-Kanal verlinkt. Einfach gerne followen, ist wie auf YouTube kostenlos. Nur dass es auf YouTube das Abo ist und auf Twitch das Follow. Unter anderem haben wir in den Baustreams hier schon sehr gut das Stark Industries Gelände fortgeschritten, beziehungsweise schon fast beendet. Und nebenan schon den Stark Tower angefangen. Das haben wir bis jetzt alles in den Streams gemacht. Und ich habe bis jetzt auch schon angefangen, hier drüben das gute Projekt für die nächsten Streams hier zu sichern. Wenn jetzt noch nicht alles geclaimt ist, tue ich mir das gleich sichern, dann habe ich was, wo ich bauen kann. Ja, wenn euch Twitch-Streams sowieso interessieren, dann schaut gerne in der Beschreibung vorbei und erlebt mich gerne live. Ich bin meistens so ab 17 Uhr bis 18 Uhr, beziehungsweise 17.30 Uhr meistens live. Es gibt keine festen Tage, je nachdem wann ich Bock, Zeit und Laune habe. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und schau, Leute! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!